Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute geht es ums Update 12 der Oculus Quest und ja, Oculus Quest Update 12 hat endlich Einzug gehalten in die Quest und meins hat jetzt locker drei bis vier Tage gedauert, bis ich da mal drauf hatte auf 12. Ich habe schon fast aufgegeben und ja, heute Morgen habe ich das Teil einfach nochmal neu gestartet, bin zur Arbeit gefahren und als ich wiederkam, update 12 war drauf und ja, echt nicht schlecht, dass es dann so irgendwie auf einmal kam, keine Ahnung, was dann heute Morgen gemacht ist. Ist irgendwas im Hintergrund gelaufen, warum das dann abgedatet wurde. Ich habe es jetzt nicht speziell auf Updaten gedrückt, normalerweise bin ich dann immer in die Einstellung gegangen, habe dann gecheckt und dann stand da jetzt Updaten, dann muss man halt Netzteil dran haben und dann machte das Update. Ja, das war jetzt nicht der Fall, aber gut, ist drauf und ja, wer jetzt immer noch Probleme hat mit dem Update 12 und es immer noch nicht hat, dem empfehle ich das Video vom Zitronenarzt, werde ich oben in die Infobox packen. Der hat dann ein paar, ja, Tricks gefunden, wie man das eventuell nochmal, ja, beschleunigen kann das Ganze, dass man das Update 12 bekommt, aber alles nur auf eigene Gefahr. Also schaut euch das Video an, wenn ihr da jetzt echt Probleme habt und ja, mit dem Update 12 ist jetzt nicht nur das Handtracking in die Quest gekommen, worauf wir ja alle gewartet haben, also es ist eigentlich das Megateil, ja, worauf alle gewartet haben, die die Quest jetzt haben, denn ja, auch wenn es jetzt noch überhaupt keine Anwendung dafür gibt, ich denke mal in Zukunft werden da mit Sicherheit ein paar Spiele sein, die diese unterstützen, dieses Handtracking und ja, ist eigentlich cool, wenn man dann wirklich nicht mehr den Controller in der Hand hat, sondern wirklich sowas greifen kann, auch wenn natürlich das Feedback fehlt, dass man irgendwas in der Hand hat, aber trotzdem ist es mit Sicherheit genial. Ich habe selber noch nicht getestet, ich möchte es gleich quasi in der Aufnahme live mit euch testen und ja, das machen wir dann gemeinsam und ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Lasst uns einfach mal überraschen. Ja, ich würde gerne mit euch mal ganz kurz die Change Logs überfliegen, was es so Neues gibt und ja, machen wir das einfach mal, gehe ich mal auf die Oculus Seite. Und ja, den Link zum Release Note werde ich unten in die Beschreibung packen, könnt ihr euch mal genauer durchlesen, wenn ihr das wollt. Und ja, im Oculus Link Support quasi sind jetzt auch die AMD Grafikkarten enthalten, das heißt, die werden jetzt alle unterstützt oder ja, nicht alle, da ist noch eine kleine Bemerkung, schauen wir uns das mal kurz an. Ja, und hier haben wir die kleine Bemerkung, also erst ab Serie 400 wird der Oculus Link unterstützt, 200 und 300 nicht. Also das ist die kleine Bemerkung von Oculus jetzt dazu und ja, okay, muss man so hinnehmen. Und dann war noch ein Problem, dass im Oculus Link Modus, dass man den PC Sound gehört hat und gleichzeitig VR Audio, das haben die jetzt gefixt. Und man hört jetzt im Oculus Link Modus auch nur noch das, was man im VR Headset hören sollte und nicht mehr den Sound, der eventuell dann auch auf dem PC läuft. Das wurde verbessert. Dann gibt es natürlich ein paar Performance Updates hier, Stabilitätsfixes und ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem PC schon die Version 12 habt und auf der Quest noch nicht, dann gibt es Probleme mit dem Oculus Link Support. Also ihr müsst auf beiden Geräten die Version 12 haben und bei mir kam für die PC Version gestern das Update und ihr könnt das nachgucken unter Einstellungen allgemein. Und geht dann ganz runter und da seht ihr die Version, die momentan auf dem PC drauf ist, von der Oculus App Version und ja, das dazu, checkt das, ob ihr da auch schon aktuell seid. Und wenn ihr dann auf der Oculus Quest auch die Version 12 habt, dann könnt ihr halt loslegen, ansonsten gibt es halt hier Probleme. Hier steht jetzt, das Mikrofon wurde temporär deaktiviert und wird in einem früheren oder früheren zukünftigen Software Update wieder eingeschaltet. Also die probieren da momentan noch was und ja, also das kann man momentan mit dem Oculus Link Modus nicht benutzen. Casting Software wurde verbessert, das heißt, wie ich das jetzt hier lese, man kann, wenn jemand die Brille anhat, kann man mit dieser Casting oder Oculus App im Casting Modus Sachen starten und den Leuten Sachen erklären und so weiter und so fort. Und ja, das ist so eine Art Vorführmodus für Leute, die überhaupt nichts mit VR zu tun haben. Also das hätte ich echt letztes Mal früher wissen müssen, dass es sowas gibt, weil ich habe das mal auf der Arbeit auch ein bisschen vorgeführt in den Leuten. Und ja, da ist sowas echt nicht schlecht, denn die meisten Leute wüssten gar nicht, was sie wirklich irgendwie in VR machen sollen. Und ja, da ist sowas natürlich cool. Also da sind auch noch ein paar neue Features reingekommen oder Features. Dann lese ich hier gerade Voice Commands, also in der Beta-Version. Use your voice to navigate, control your device and find new apps and games by clicking the Voice Commands. Button on the Home Menu, okay. Also da ist auch irgendwas im Gange. Und ja, dann kommen wir zu diesen neuen Experimenten. Also das Handtracking, worauf wir jetzt alle gewartet haben, das müssen wir da aktivieren. Das zeige ich euch gleich im Video oder in der Brille. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich habe eben nur mal kurz reingeschaut und der Punkt Handtracking war noch nicht da. Ich musste das Headset erst nochmal komplett neu starten. Erst nach dem Neustart, nach dem Update 12, ja, war das Handtracking dann da und ich hätte es einschalten können. Habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, möchte ich gleich mit euch machen. Ja, und hier sind noch ein paar andere kleinere Updates für Social Apps und so weiter. Wie gesagt, ich werde es definitiv verlinken. Wenn ihr da genauer nochmal nachlesen wollt, ja, könnt ihr nochmal draufklicken. Und schaut euch das Ganze an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Quest rein und checken das Handtracking. Also bis gleich. So Leute, hier sind wir in der Quest. Und ja, als allererstes checken wir unsere Version. Das geht unter Einstellungen. Alle ansehen. Dann gehe ich auf Info. Und hier seht ihr jetzt Version 12. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist, schaut auf jeden Fall, dass ihr das Netzteil dran habt, dass ihr immer über 50% vom Akku habt. Und dann kann es sein, dass ihr updaten könnt. Und startet auch das Headset ab und zu mal neu. Dann kann es sein, dass er wirklich im Hintergrund irgendwas vorher schon geladen hat. Und dass dann, ja, das Update durchführt. Und ja, ansonsten gibt es auch hier schon mal die Möglichkeit, jetzt updaten. Dann wird das hier gesucht. Und ja, dann kann man dann hier updaten. Das war bei mir nicht der Fall. Das ging alles irgendwie automatisch. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich es habe. Und ja, wie gesagt, wenn es bei euch nicht klappt, checkt definitiv mal das Video vom Zitronenarzt. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne unter die Kommentare nochmal schreiben. Kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Und ja, wenn ihr den Fall jetzt habt, ihr habt die Version 12, dann geht ihr einfach unter Experimentelle Funktionen. Und hier haben wir jetzt den Punkt Hand Tracking. Der war eben noch nicht da. Ich musste nochmal neu starten und danach erschien der erst. Also, wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, keine Angst, startet neu. Und dann habt ihr den Punkt da. Und ja, ich schalte es jetzt das erste Mal ein und ich bin echt gespannt. Also, aktivieren. Okay, es passiert irgendwas. Verwende deine Hände in VR. Lege deinen Controller an einen sicheren Ort ab. Sei dabei vorsichtig, damit deine Hände, ja. Wow. Wie geil ist das denn? Okay, ich schlicke jetzt meine Controller erstmal weg. An einen sicheren Ort, wo nichts passieren kann. Zum Scrollen. Zwei Finger zusammenführen. Warte, ich muss jetzt erstmal... West Side. Okay, das kriegt er nicht ganz hin, aber fast. Peace. Genial. Achso. Ab wann hört das auf? Also, da ist er auch noch da? Okay, cool. Ja, jetzt gehen wir mal kurz... Machen wir das mal, was der auch sagt. Zum Scrollen. Zwei Finger zusammenführen und halten. Ja. Oculus-Button verwenden. Wie schnell, wenn er die Hände nicht sieht, wie schnell die auch da sind. Na komm, drück. Ich bin fertig. Okay, jetzt versuchen wir mal einfach hier Gerät. Scrollen wir einfach mal. Okay, ich drücke einfach dann, wie ihr seht, die Finger so zusammen. Und kann dann hoch- und runterscrollen. Und wenn ich irgendwo draufdrücken will, tippe ich die einfach nur mal kurz zusammen. Und, ja. Können wir mal hier navigieren. Bibliothek. Schade, dass da jetzt wirklich keine Spiele für verfügbar sind. Aber, das sieht ja echt genial aus. Das klappt echt gut, also. Auch das Scrollen klappt auch echt gut. Also, jetzt fehlen uns echt nur die Spiele. Und so kann ich mir jetzt auch wirklich... Thrill of the Fight muss das definitiv unterstützen. Dann hat man auch nicht mehr die Controller in der Hand und kann einfach so zuschlagen. Und ich denke mal dann, also, okay, ich sehe hier, ich merke eine Verzögerung. Aber das ist auch noch eine experimentelle Funktion. Das heißt, es ist noch nicht final in dem Softwarestand enthalten. Ist nur zum Ausprobieren. Aber dafür klappt es schon echt sehr gut. Nein, ich will jetzt nicht kaufen. Ich muss mal irgendwo anders hin. Wir gehen mal unter Einstellungen. So, dann ist es erstmal weg. Also, dafür, dass es nur experimentell ist, funktioniert es schon echt gut. Und ich bin echt gespannt, wann da noch weitere Sachen kommen. Und Spiele, Anwendungen. Ja, also, das ist natürlich noch. Aber gut, wie gesagt. Also, ich bin echt begeistert. Habe ich mir jetzt echt nicht so gut vorgestellt. Vielleicht könnte man das auch für ein Klavierspiel oder sowas nutzen in VR. Also, die einzelnen Finger werden echt gut getrackt. Besser als von Valve Index Controllern. Nein, schließen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr zwei vergeben könnt, vergebt zwei. Und ja, Abo-Button nicht vergessen. Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert über neue Videos, Livestreams und so weiter. Und ja, wenn ihr die Quest habt, schaut euch das Update definitiv mal an. Lohnt sich. Und wenn es, sobald es irgendein Spiel ist, das das unterstützt, werde ich das definitiv testen. Und euch auf meinem Kanal vorstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.